die Kurs mehr schon gar nicht nicht mehr lang nicht mehr Ja, ich bin rechtlich, glaube ich. Oh, ich weiß... Ich hoffe, dass... Ach ja, genau, jetzt werden wir es wieder ein. Jetzt müssen wir dann einen Typen... Na, ich sag besser nichts. Für die Spiele noch nicht... ...und dann extra auf ein Full-HD-Let's-Play bei YouTube gewandt haben. Für die will ich jetzt nicht, äh, spoilern. Nicht wahr? Ja, jetzt aber. Nicht so viel. Ja! Das geht auch. Zack, weg. So einfach geht das. Oh, ich habe das Gefühl, das ist ein wenig... ...Legend-Dude. Oh. Hm. Hm. Nicht so schön aus. Oh. Oh, oh. Jetzt, ich glaube, ich sollte mal das Spiel neu starten. So. Speichern und... Oh, dem geht jetzt weiter. Na, läuft schon etwas besser, aber... ...bisschen schneller könnte es auch laufen. Ach ja, das ist ja... ...dann müsste ich wieder gelten, bis hier, damit das alles... ...und... 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 Komm her! Verschwinde! Hier gibt es nichts für dich zu holen. Ich bin auf der Suche nach dem Fokus. Da kommst du leider zu spät. Ich habe ihn bereits gefunden! ...und ich werde ihn für mich selbst behalten. Der Schläfer sprach heute Nacht zu mir und machte mich... ...zu seinem alleinigen Werkzeug. Nun werde nur noch ich dem Schläfer dienen. Keine Templer, keine Gurus mehr. Nur ich alleine. Stirb! Du gehst mal auf den Sack. Er wollte mich doch gleich abmuxen. Geht aber nicht so. Fokus von der Meerespiegel, okay. Alles klar. Verrückt halten, haben mir noch gerade gefehlt. Stahl zurück. Okay. Dann geht er jetzt zurück. Oh, ich hätte jetzt so Bock hier einfach runter zu springen. Ah, ich würde ja leider sterben dabei. Bei dem Versuch. Ach, so nach der aber shit. Naja. Ich springe aber wie so ein dämlicher Bock. Dann geht er schon. Was müssen wir jetzt eigentlich machen? Ich glaube jetzt muss ich... Das Sekret der Minecrawler sammeln. Ja, das kann ja gut sein. Ja genau, in der alten Mine. Da habe ich mich ja eben noch zurückgehalten, weil die Minecrawler da etwas zu stark waren für mich. Und deswegen haben wir die noch gar nicht gesehen. Aber die werde ich dann wohl nachher noch auseinander pflücken müssen. Na ja, nicht nur ein paar, sondern ein paar mehr. Boah, wie scheiße das leckt. Wieso leckt das? Ich habe jetzt alle... Ich habe ICQ weggemacht. Ich habe Feuerfox beendet. Das kann ja wohl nicht sein. 20. Dem war es bei 17. Ich hoffe, es bleibt so. Nein, 19. Oh, 18. Oh, 19. 20. Ja, nein, 19. Nein, 19. Nein, 19. Nein, 19. Nein, 19. Bei solchen langen Gängen hätte man lieben, gerne, um das zu bereiten. Ich frage mich, warum die hier im Grunde keine Pferde angehörten haben darf. Entschuldigung, die sind das X-Ziel hier wohl überlegt. Und dazu werden dann keine Pferde. Und klar, cool. Da muss der Iberian los, komm her. Iberian. Ich habe was für dich. Komm her. Ich habe den Fokus gefunden. Hervorragend. Du hast uns einen großen Dienst erwiesen. Kommst mir in die Augen. Bring nun den Fokus zu Kor Kalom. Er wird wissen, was zu tun ist. Der Novize Nyras hat den Verstand verloren. Er faserte davon, dass der Schläfer zu ihm gesprochen habe und ihn als einzigen Diener auserwählte. Dann griff er mich sogar an und wollte mich töten. Die Macht des Schläfers ist so gewaltig, dass sie unvorbereitete Seelen in Verwirrung stürzen kann. Nur wir Gurus haben durch jahrelanges Meditieren die seelische Stärke gewonnen, die Stimme des allmächtigen Schläfers zu ertragen. Wie sieht es mit einer Belohnung aus? Da du kein Bruder unserer Gemeinschaft bist, werde ich dich entlohnen. Nimm dieses Amulett als Zeichen meiner Dankbarkeit. Mit einer Amulett. Prima. Was, kann das denn so? Schutz vor Feuer. Oh, kann ich viel brauchen. Komm hier, Schutz vor Feuer. Junge, Junge, kann ich nur verkaufen. So ein Krab. So, wohin? Ach ja, Kor Kalom. Kor Kalom. So, dann. Weiterhin Auftrag werden kann ich ihn auch noch erhalten. Also von Kor Kalom. Vielleicht kann ich mal eine neue Ration holen. Ich will mir meine tägliche Ration abholen. Hier, nimm. Drei schwarzer Weiser. Drei schwarzer Weiser. Aber nicht alle auf einmal rauchen. Ich habe wirklich... Der aber... äh... Grüßt die an. Grüßt die mal nicht. Der denkt... Ich weiß nicht. Ich kapierst nicht, dass ich nicht bei den... 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 Vielen Dank.